Moin Leute und damit herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe in EEP auf der Anlage Ellerbach. Heute wollen wir mal einen kleinen weiteren Fleck, den wir noch weiß haben, hier bestücken. Das heißt also hier dieses Dreieck. Mal sehen, was wir da drauf machen. Dazu auch erstmal vielen Dank für euer Feedback bzw. Vorschläge, was man hier auf dieser großen Fläche noch machen können. Ich habe es mir notiert, das ein oder andere werden wir sicherlich umsetzen. So fangen wir aber erstmal heute hiermit an. Und zwar wollen wir also jetzt hier unser kleines Stück weiter bestücken. Dazu würde ich also hier vorne noch einen weiteren Parkplatz hinsetzen und das andere hier eben halt begrünen oder auch mit Bäumen bestücken. Schauen wir mal. Nehmen wir uns erstmal die Textur von hier hinten. Halt, das müssen wir ein bisschen kleiner machen. Und dann gucken wir mal, dass wir das hier schon mal texturiert bekommen. Ich würde sagen wir ungefähr erstmal bis hier nur. So, dann nehmen wir mal hier unseren Bürgersteig. Einmal am Anfang einfügen. Automatische Ausrichtung nehmen wir raus, weil den werden wir uns hier rein setzen. So, mal gucken. Was haben wir hier? Winkel. Gehen wir auf 270. Und dann. So, dann müssen wir hier hingehen, ne? Gehen wir mal nach hier hin. Äh, tja, 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 tja. Der dockt da an. Ich könnte den natürlich jetzt sperren. Äh, aber wir machen das noch anders. Wir werden das hier einfach mal, komm, ist gut. Verlängerung am Anfang einfügen. Na ja, wo ist er denn? Dann sagen wir hier mal in ein Endgleis umwandeln und den ziehen wir uns dann hier heran. So, mal gucken, was wir hier noch finden. So, auch hier machen wir uns dann einmal eine Länge von 20. So, einmal bis hierhin. So, da ran. So, äh, jetzt gehen wir mal rein, was wir hier an Treppen haben. Bahnsteigtreppe, wer sagt's denn? So, einmal, das müsste auf der gleichen Höhe sein. So, und dann müssen wir das Ganze schmaler skalieren. Damit kommen wir schon fast hin. Ein bisschen noch größer. So, und da haben wir es. So, hier können wir also noch dann hochgehen. Das Ganze können wir natürlich jetzt, Treppenhauswand, nehmen wir die nochmal. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal unter Wasser. Objekt. Zack, zack, zack. So, mal gucken, ob wir hier was finden. Da haben wir was. Das müssen wir uns mal hier heranschieben. Objekteigenschaften. Da müssen wir auf 90 Grad gehen. Und dann setzen wir uns das so hier mal hin. Gucken wir mal, wie wir in der Höhe hinkommen. Halt, hier ist noch eine Stolperkante drin. So, dass uns hier keiner noch zu Schaden kommt. So, und dann machen wir das andere genau andersrum. Also, nochmal kopieren. Soll es da nicht andocken. Sondern... Habe ich jetzt... Hm, das ist natürlich blöd. Gucken wir mal eben. Jawohl. Ne, das gefällt mir gar nicht. Also, kommt das wieder weg. Das könnten wir nehmen. Dann machen wir das nämlich hier hin. Wir können aber auch. Wir nehmen das Ganze weg. Und wir suchen uns mal was ganz anderes raus. Treppen? Nein. Okay. Dann habe ich unter... Nicht unter Gleise, sondern unter Begrenzungen. Da habe ich also verschiedene Sachen drin. Da haben wir schon mal was so einigermaßen passend ist. So, gucken wir mal eben. Und zwar habe ich gesagt, das ist eine Immobilie. Altes Lagerhaus. So. Dann drehen wir uns das Ganze. Objekteigenschaften. Auf 90 Grad. Einmal hier reinfügen. So. Und... Das Ganze... Das Ganze... In der Höhe anpassen. Da können wir aber nachher nochmal genauer rangehen. Das heißt also, wir werden das uns jetzt erstmal nochmal kopieren. Und setzen uns den hier daneben. So. Okay. So. Gucken wir mal eben mit der Höhe. Wie wir da am besten hinkommen. Und zwar unter Landschaftselemente, Personen, Reisende. Nehmen wir... Nehmen wir sie mal. Nehmen wir sie mal hier richtig hinstellen. Mit beiden Füßen auf dem Boden. So. Und jetzt können wir nämlich die Mauer... Bisschen hochschieben. Dann gucken wir mal, was wir die Höhe haben. Dann gehen wir auf 40. Und dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite auch. So. Damit haben wir auch das... Erledigt. So. Jetzt habe ich gesagt, machen wir hier einen wilden Parkplatz. Ohne Linien, ohne alles. Das heißt also, wir werden uns nochmal... Da gibt es im Bereich Straßen... Jetzt wird mit Mittel... Gucken wir mal eben da nach. Das ist ein Landschaftselement. So. So. Schieben wir uns jetzt da so drunter. Ein bisschen hoch. So. Dazu müsste es aber eigentlich ein passendes Gegenstück geben. Wie nennt sich das? Rabatte von AS3. Gucken wir mal, ob wir das eben auf der Schnelle jetzt finden. Da haben wir eine. Da haben wir noch eine. Gucken, was der Unterschied ist. Was ist denn hier der Unterschied? 1.000. Der auch. Nimm uns den mal. Als Landschaftselement. Dann nehmen wir den erstmal wieder beiseite. und setzen. Gucken, ob der hier dran passt. So wird der da dran passen. Das heißt also... Total schief hier. Mann. So. Jetzt geht es los hier. Aber jetzt richtig. Einmal drehen. So. Einmal hier. So. Hier ran schieben. Einmal in die Höhe. Und daran mit dem Bordstein abdecken. ein bisschen die Erde rauskommen lassen. Und dann kommt der hier dran. So. Was haben wir denn hier für... Da gehen wir mal auf 180. Objekteeinschaften. Dann können wir nämlich hier auch auf 180 gehen. und auf 0. Dann muss der da dran passen. Einmal... Passt nichts. Geht du mal beiseite hier. Die Straße hat einen leichten Knick. Das heißt also, wir müssen auch hier... Den nehmen wir nochmal beiseite. Und dann sagen wir einfach nochmal... Wir kopieren uns das Ganze nochmal. Setzen das nochmal hier ein. Drehen das Ganze. Verschieben. Ok. Und dann schieben wir uns den jetzt hier ran. So. So. Ein bisschen noch gleich drehen. So. Jetzt haben wir zwar hier unten einen kleinen Streifen. Aber... Das macht nichts. Den können wir aber auch gleichzeitig verdecken. Indem wir einfach mal unter Immobilien... Und dann gucken wir mal eben hier... Nach einem passenden Goodie... So. Und dann setzen wir uns den Goodie hier hin. So. So. Einmal... Einmal... Und dann... Ein klein bisschen nach unten. Dann nehmen wir uns noch einen für die Mitte. So. Zack. Haben wir auch. Und damit haben wir schon wieder so ein bisschen die Sachen kaschiert. So. Wilder Parkplatz hatte ich ja gesagt. Das heißt also ohne Parkstreifen. Wir werden aber trotzdem dieses hier einmal kopieren und das hier dran setzen. Einmal drehen. Ein bisschen verschieben. So. Okay. Dann müssen wir das auch noch mal ein bisschen hier... Hier haben wir jetzt ein 622. Dann machen wir den auch auf 622. Okay. Den schieben wir uns hier ran. Objekteigenschaften machen wir auch auf 622. Ja. Und dann geht's hier ran. Gut. So. Der schmale Streifen, den wir jetzt hier sehen, den können wir noch mal ein bisschen bearbeiten, indem wir das Ganze hier einfach ein bisschen drehen. So. Und schon haben wir auch das fertig. So. Hier haben wir jetzt die Ein- und Ausfahrt von unserem Parkplatz. Das Ganze werden wir jetzt noch ein bisschen aufhübschen. Jetzt suchen wir uns aber erstmal ein Schild raus. Dann werde ich es so nicht finden. Das werde ich so nicht finden. Gucken wir mal hier unter... So. Straßenschilder. Wo haben wir es hier? Straßenverkehrsordnung. Da. Begrenzung nehmen wir raus. Da haben wir welche. Parken. Parken. Da haben wir sie. Ohne Mast. Mit. Halterung. Gucken wir mal. Mit Halter. Parken und Reisen. Da haben wir einen mit Mast. Jawohl. Jetzt haben wir ihn. Einmal. Zack. Einmal dahin. Dann nehmen wir das wieder weg. So. Das setzen wir jetzt hier hin. So. Ein bisschen tiefer. So. Aber nicht so gerade. Sondern ein bisschen schräg. Ich war beim letzten Ausfahren hier von dem Parkplatz des Hotels ist einer tatsächlich da gegen den Mast gefahren. Und die Gemeinde hat es noch nicht geschafft den ganzen wieder gerade zu setzen. Ja. Machen wir noch ein bisschen schräger. Gut. So. Jetzt müssen wir noch schon wieder mit einem Blick auf die Uhr. Schon wieder so lange her. Gucken wir nochmal eben. Landschaftselemente. Und Baum. Baumkahl. Chausseebaum. Die waren glaube ich alle zu groß. Ja. Den könnten wir noch nehmen. Einmal. Da. Dann setzen wir noch ein bisschen hier rüber. So. Dann brauchen wir hier auch nochmal zwei. Und noch einen anderen. Damit haben wir das Ganze auch dekoriert. So. Jetzt brauchen wir nochmal. Gehen wir nochmal in die Immobilien rein. und suchen uns mal. Gucken wir mal was wir da finden. Einmal. Einmal. Zweimal. Das. 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 Jetzt setzen wir uns hier hin. und den setzen wir uns hier hin. Ja, damit haben wir natürlich unsere Ecke noch nicht ganz fertig, aber wieder ein Stück mit Blick auf die Uhr durchgestaltet und ja, beim nächsten Mal sehen, ob wir hier weitermachen bzw. oder, dass wir uns so langsam mal hier in unserem freien Feld beschäftigen. Ich sage erstmal Danke fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis dahin, euer Heinrich.